so und damit herzlich willkommen zu einem neuen video heute ist mal was anderes heute ist nämlich ein soundcheck dran denn wie ihr schon in der beschreibung gelesen habt habe ich ein neues mikrofon das ist jetzt aber noch mein altes will ich euch jetzt aber auch mal zeigen und ja das ist nämlich das turtle beach px 22 dessen ganz normales gaming headset für 62 euro das ist also optimal eigentlich das kann man für verschiedene konsolen auch noch nehmen also playstation xbox whatever und ja so sieht das ganze aus ist eigentlich schon ziemlich fresh das sitzt eigentlich auch ganz gut und ja für die funktionen was da auch noch her gibt von wegen lautstärke bass was sie sich sind 62 euro eigentlich komplett okay ja und gerade eben im play intro habt ihr es ja auch schon gesehen wie das aussieht also bei mir in echt und ja von daher würde ich jetzt sagen switchen wir jetzt gleich mal zu meinem neuen mikrofon und wir sehen uns gleich ja leute das jetzt auf jeden fall mein neues mikrofon mein au na 900 b ja hier zeigen sie euch jetzt einfach mal am desktop so so viel besser ja so sieht es auf jeden fall aus ist ein etwas professionelleres mikrofon als ich schon mal hatte kostet ungefähr 80 euro und dabei sind auf jeden fall das mikrofon ist ja logisch und da noch so eine spinne die ist eigentlich ganz praktisch wenn man noch so ein mikrofon arm hat da kann man die einfach dran schrauben mikrofon dran kann ich euch auch mal schnell zeigen so sah das dann bei mir aus und ja ist auf jeden fall ein bestseller bei amazon ich finde die qualität ist aber einfach mega hammer im vergleich zum headset aber ja ist ja eigentlich klar mikrofon ist meistens besser als ein headset ja aber mich wird mal interessieren wie ihr jetzt die qualität findet ich kann sich ja noch mal zeigen so sieht auf jeden fall ziemlich fresh aus ist auch für mich besser zum aufnehmen und ja wenn euch das mikrofon gefällt oder die qualität besser gesagt dann würde es mich freuen wenn ihr wenn ihr eine bewertung da lasst so genau und ja ansonsten sehen wir uns wahrscheinlich in nächsten folgen mit dem mikrofon und dann danke fürs zuschauen haut rein